Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu der nächsten Ankündigung und zwar vom Abo-Treffen am 9.08.2014 um 19.30 Uhr. Das Spiel, was jetzt gezockt wird, ist Zombie-Pendix-Horse. Wer keine Ahnung hat, wie man diesen komplizierten Kack runterlädt, ich zeig euch das gerne. Und zwar eröffnet ihr einfach Steam und kriegt dann erstmal die ganze Werbung weg, die euch mit dem Mittelfinger voll in die Nase gepopelt wird. Und dann gebt ihr oben in der Suchleiste einfach Zombie-Pendix-Horse ein. Wer nicht weiß, wo die Suchleiste ist, ihr klickt oben schön auf dieses leuchtende Shop-Gedönse, was für euch dann noch nicht leuchten wird, wenn ihr noch nicht drauf seid. Und landet dann nachher auf dieser Seite und geht auf jetzt spielen oder jetzt installieren. Ziemlich simpel, ne? Aber das war es trotzdem schon. Und teilnehmen könnt ihr ganz einfach, indem ihr einfach in Skype den lieben dergraf-LP einladet. Die Skype-Adresse steht auch nochmal unten mit drin, dann kann man die schön rauskopieren. Ist der Typ, der dergraf heißt in Skype und so ein kleines Schweinchen da hat, ne? Der ist genauso bömmelt wie ich, genauso duschlig. Und der freut sich, euch zu sehen, ne? Oder von euch zu hören. Und am besten schreibt ihr mir dann noch vor dem Abo-Treffen bitte, dass ihr mitmachen wollt. Denn währenddessen werde ich das nicht mehr lesen können, denn ich werde mich auch beschäftigt stellen. Da hört man nichts. Denn es gibt immer Spezialisten, die kommen viel, 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 viel zu spät und rufen mich dann währenddessen an. Meistens reagiere ich dann trotzdem irgendwie da drauf, aber stoff, wenn das dann voll durchklingelt, ne? In voller Lautstärke. Nee, nee, lass mal sein. Und wenn jemand Lust auf einen Best-of von mir hat, von dem Grafen, der liebe Biertrinker-LP hat eins gemacht. Er hat Szenen ausgewählt, wo ich mir dachte irgendwie, wo hat er denn die ausgegraben? So jede Stelle, wo ich gesagt hätte, die ist mit Sicherheit drin. Ich wette, beim allerersten Best-of, was passieren wird, sind diese Szenen mit drin, ne? Nö, nicht einen davon. Das sind alle Szenen, wo du dir denkst, die hab ich ja alle voll vergessen. Aber auch mal ein Lob an den lieben Herr-Biertrinker-LP. Ich fand das echt gut. Dafür, für die Szenen, die genommen wurden. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich fand, das waren so ein bisschen so Platzhalter-Szenen. Aber dafür hat er das echt richtig gut gemacht. Also, Link unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Das allererste Best-of, was ich hier bekommen habe. Also, sagt dem Biertrinker mal Danke. Danke, ne? Denn das war ja genau das, worauf ich immer gewartet habe. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns am Samstag, 19.30 Uhr. Ihr wischt schon. Und ladet euch vorher Zombie Panic Source runter. Denkt dran, das braucht auch ein bisschen. Das ist nicht innerhalb von einer Minute fertig. Oder das ist auch nicht automatisch schon installiert, nur weil ihr Steam drauf habt. Vorher runterladen. Ich würde euch vorschlagen, mindestens fünf Stunden Zeit vorher noch zu nehmen. Das heißt, aller spätestens fangt ihr um 14.30 Uhr mit dem Runterladen an. Kann man auch Tage vorher machen. Ist nicht erst dann freigeschaltet. Und dann sehen wir uns am Samstag. Haut rein. Bleibt geschmeidig. Und ich freue mich hierauf, von euch zu hören. Ihr Schmarotzer, ihr. Bis dann.